Wie bist du jetzt hier reingekommen? Hey. Ähm. Mädels, wir werden angegriffen. Hier wurde gerade gekoppelt. Gut, du bist geladen. Okay. Hi. Äh. Gates to Nefelheim. Ich glaube, wir müssen auf irgendwas schießen, was da gleich rauskommt, oder? Wir kümmern uns erstmal um einen kleinen Freundchen. Was hast du denn? Was möchtest du denn? Ja. Erzähl. Ich lass mal mein Schwert fallen. Riecht wie alte Socken? Im Dunkeln wächst es. Riecht wie alte Socken, sagt er. Was kann das sein? Riecht wie alte Socken. Auf jeden Fall irgendwas, was wächst. Haben wir, glaube ich, nichts mit, wa? Das riecht wie alte Socken. Da haben wir... Moment mal, wir haben doch einen Hebel. Hallo? Da hätten wir doch eben aufmachen können. Ah ja. Hm. Gut zu wissen, dass wir das vergessen haben. Du, ich weiß nicht, was du haben willst. Das machen wir später. Äh. Wollen wir jetzt erstmal mal das mit dem Hebel machen? Das macht mir nämlich gerade etwas Angst. Ich muss nochmal lesen im Moment. Also. Wächst im Dunkeln. Zwischen den Steinen. Hm. Hm. Ich, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Was sagst du? Hm. 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 Da sind wir dann bei dem Hebelchen. Mal gucken, ob's funktioniert. Es funktioniert. Hallo, Kiste. Hm. Äh, hat sich ja... Hat sich ja gelohnt. Nicht. Hm. Oh. Noch mehr Kämpfe. Gut. Das nehmen wir natürlich alles mit. Na, dann lassen wir's doch. Ich weiß nicht. Das hatten wir schon mal. Das war etwas... Hm. Gesundheit. Hihihi. Gut. Okay. Wir gehen mal wieder... Gehen wir wieder runter. Weil's so schön war. Da... Die Kisten sind ja auch wieder zu. Ah. Ah. Na, kommt schon. Ja. Ah. Ah. Ich mag dich. Ha. Bestimmt. Voll geil. Ich mag das. So, also, gut. Dann wollen wir nochmal schauen, was wir zu tun haben. Dann brauchen wir aber, glaube ich, einen mit Fernkampf. Du hast einen schönen Bogen. Schaffst du es noch? Nein? Dann sehen wir uns gleich. Diese Füße. So, wir werden doch gleich bestimmt wieder herrlich begrüßt. Ne, den wollte ich nicht. Ich wollte das. Übrigens hat es einen neuen Treiber gegeben von NVIDIA. Einen Raid Tracing Treiber. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, die Details. Hier sind jetzt doch ganz schön schniegel geworden. Äh, mir fällt gerade was ein. Was wolltest du nochmal? So. Riecht wie alte Socken. Was könnte das sein? Guck mal. Und zwar, Moment, wo haben wir unser Zeugs hier? Da. Muffig. Da haben wir es doch. Guck mal, das ist muffig. Das riecht bestimmt wie alte Socken und das willst du haben. Hier. Alles klar. So, und jetzt habe ich Angst. Das scheint was Großes zu sein. Wollen wir das wirklich tun? Ich glaube, wir müssen, ne? Was ist denn hier? Achso, ich muss A drücken. Okay. Äh. Adjust. Cannon. Pitch. Okay. Rotate. Cannon. Okay. Okay. Da kommt was Großes auf uns zu. Was muss ich denn jetzt hier treffen eigentlich? Das da? Was kommt denn da? Okay. 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 Ist ja mal lustig. Ist ja mal lustig. Das da war noch einer. Halt. Okay, den wollen wir noch einmal treffen. Gut. 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 Und jetzt Carr Nadinnen und Musikfunktion. Fuck ist das. So nuclear. 120 km-4-3-4-3-4-4-5-6-6-6-7-8-7-9-6-7-7-7-9-29s-7-7-9-9-6-6-8-7-9-9-7-8-9-6-7-7-7-7-7-7-9-0. Einer ist ja noch da. Einer ist ja noch da. Einer ist ja noch da. Was ist da hinten? Oh. Ich habe ja gar nicht gesehen. Oh oh. Das sieht nicht gut aus an der Seite. Da hätte ich mal darauf achten müssen, dass da hinten auch noch was kommt. Das ist ja noch da. Aber was kommt denn hier auf uns zu? Das ist ja noch da. Das ist ja noch da. Oh oh. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns da drüben erwartet. Hi. Und noch mehr? Nein, gut. Oh, okay. Weshalb habe ich jetzt das Gefühl? Okay. Na toll. So einer schon wieder. Äh. 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 Wie? Wie? Aua. Sag mal, geht's noch? Ich werde ich das jetzt? Oder? Oh. Oh. Gott kämpfen? Na ja. Okay. Aber erstmal. Den da? Den da? Bitteschön. Ich bin froh, ich bin froh, dass ich dir in dir hatte. Mhm. Wo ist Thor hin? Und jetzt? Okay. Und jetzt talk to Heimdall. Okay. Jetzt sage mal, wo ist Thor hin? Der saß doch eben noch hier und dachte, der hätte ein Auge auf mich. Ach. So. Ein Äpfelchen. Und dann schauen wir erstmal, ob wir noch was verbessern können. Oder? Was haltet ihr davon? Mhm. Ich halte meine Pferde. Jep. Kann ich jetzt ein Dark Ironinget? Ich kann spawnen. Yay. Dann machen wir das doch gleich mal. Und dann kriegst du auch dein besseres Schwert. Naja. Hat dann 115. Hui, hui, hui. Boah, das heißt, ich kann jetzt mit der anderen, mit Ingrid kann ich jetzt auch in das Level gehen, ne? Das ist ja jetzt bestanden. Hey, Moment. 46 hat's nur. Moment, was kann ich denn jetzt hier? Zwei Ingrid. Und ein. Hü, hü, hü. Ein Saffir-Elitier. Wo krieg ich das denn her? Verdammt. Ja, das machen wir dann später. Ich will erstmal ein Dark Ironinget verbessere. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, jetzt alles so zu verkraften. Wo waren jetzt das Dark Ironinget? Moment. Oh? Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir mit ihm jetzt weiterkämpfen oder ob wir noch mehr kriegen, weil wenn man so auf die... Aha. Macht den auf jeden Fall ein bisschen widerstandsfähiger. Gut. Sehr schön, sehr schön. So, was kann man denn jetzt hier mit unseren... Oh, auch gleich machen, ne? Ist das eine gute Idee? Wir warten erstmal überhaupt noch mit ihm weiterspielen. So, was ist denn mit euch? Broken Bullhorn, wo kriege ich die denn her? Wo kriege ich die denn her? Tja, und die Saphir Elite hier, wo kriege ich die denn her? Oh wei, oh wei, oh wei. Hm. Das können wir aber schon mal machen. Aber gut, das sind wieder... Hm. Die ist komplett abgegradet. Was hat sie denn an? Aha. Ah, wir warten erstmal ab. Oh, er hat auch schon mehr. Und hat er 375... Äh, 375 hat er dann. Das könnte man auch... Aber wo kriegen wir diese Saphir Elite hier her? Äh, IT hier her. Elite hier. Ich und lesen. Egal, ähm. Wir gehen jetzt erstmal zu unserer... Kiste. Packen da wieder ein bisschen was rein. Damit wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. So, und zwar... Das, das. Das, 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 das und das. So, das sind, äh... Schneeckstack was für mich. Das könnte man eigentlich verkaufen zum Großteil. Die ganzen Augen, die können wir auch mal rein. Ich weiß gar nicht, wofür wir die alles brauchen. Die hätten wir eben alle nehmen können, ne? Oder Poison Blade. Naja. Komm, wir gehen nochmal kurz was verkaufen. Croft the Mist Slayer. Okay. Hm. Wir verkaufen mal ein bisschen. Und zwar, bitte. Äh, damit bin ich nicht so sicher. Das packe ich nachher mal in mein... Dings. Freezing Arrow. Crossbow Bolt. Flaming Bolt. Da haben wir ein Dings. Gut, das lassen wir erst mal so. Okay, dann, ähm... Auf zu Heimdall, ne? War's doch, oder? War gesagt, talk to Heimdall. Dann machen wir das mal. Ah, hab ich gedrückt. Sieht immer so geil aus, wenn man sich rüberwarpt. Ich weiß nicht, dass wir sonst ganz lieb hatten. Es ist ne, man sich rüberwärts mir seit specifically bellen, weil ich es sogaroux geholt, ich bin aber auch noch nicht. Aber ich glaube, 50.000 Minterin, Ich weiß nicht, dass es für alle wieder auf. Das mein, das Heimdall. Aber ich bin deinem atmestetisch. Und dann über Tudo ist deinem Ärger. Und dann in den nächsten airportss. komme heim da aber ich will erst mal ich komme gleich muss erst mal gucken haben wir schon wenn die einfach mal alle fertig machen hier so ich habe 13 stück kein penalty ist immer gut habe ich jetzt also ich muss richtig einsetzen so gut gehen wir zur nächsten wir machen ja einfach alle nacheinander bisher ist ja was was dann geht dass das alles im weg steht oder doch mal lesen was da steht für das hilft uns das ja das klingt schon besser sehr schön und jetzt haben wir nur noch drei stück gut dann können wir jetzt mit heimdall quatschen was bist du denn kann man ja ich auch interagieren nein kann ja keine blümchen pflücken oder so aber hey hat schon was die grafik immer wieder faszinierend immer wieder schön hier so heimdall quatschen was geht wie war der alter mann zu mir gesagt ok ok dr loki habe ich jetzt nicht noch zwei von den dingen gekriegt dann müsste ich doch jetzt quasi wieder fünf haben was bist du denn ok mit denen geht das nicht warum kann ich das mit dir machen hat das den grund das ist aber nicht hübsch für eine fee oder was immer du sein möchtest hier haben wir noch einen vergessen aufzuwecken was gibt es denn bei dir siehst du ok das klingt immer gut so ok lassen wir das jetzt mal mit der fee ne so talk to loki und es fehlen nur noch vier stück von den dingern hi der guckt mich weiter an ne egal wo ich hingehe oder sag mal schildst du nein ok zurück zu loki ich kann mich weiter dass das ist nicht mehr es ist es nicht mehr So, da sind wir wieder. Ach, da ist Loki. Der versteckt sich. Okay. Ach, übrigens wurde, glaube ich, gesagt, dass an deutschen Untertiteln gearbeitet wird hier im Spiel. Aber ich glaube, die sind noch nicht durch. Irgendwie... Nein. Na gut. Warten wir ab. So, Loki, warum versteckst du dich denn? Etwa vor Tor? Was ist denn los? Ich geh mal hier. Ich bin ein Gott. Ich kann das ja. Ich darf das ja. Na, Loki? Was ist los? Gut. Komm! Ich nehme natürlich zuerst das Auge. Okay. 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 Hel, meine Brissingamen, wo ist es? Oh, meine Lieblingsfroyer. Daughter von Njord. Aber, was sollst du darüber reden? Du kennst die Necklace. Du hast sie von mir verletzt, und würdest du den Glamour für deine Arme von Undebt verletzt? Und wenn ich so... ... meine Retribution nicht verletzt wird. Zickkrieg! Okay. Okay, Talk to Freya. Wo werden die denn jetzt schon wieder? Mann, ich möchte mal die Sidequests erledigen, oder? Ach, da hinten sitzt sie doch. Ähm... Wusstest du, dass das passiert? Ja, hier. Da. Da ist doch so ein... Ich liebe es. Wo ist eigentlich mein Bier? Was ist das? Hallo? Wo ist mein Bier? Äh... Ah, ein Apfel. Wenn du schon hier auf mein Bier aufpassen kannst. Echt mal. Naja. Hey Freya! Alles klar? Wie nah kann ich denn ran? So... Oh. Äh... Meine Hand macht komische Sachen. Ist das für mich? Äh... Na gut, was willst du nur von mir? Du? Du? Na gut, dann. Du? 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 Ich geh ja gleich los. Ich will noch ein paar Sachen ausprobieren. Ich weiß, sie hat mein Knochen. Ja, ja, gut. Äh... Gut. Äh... Wohin als nächstes? Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Oh, ihr wollt ja auch wieder was, ne? Hi! Hier ist ein Ausdruck, wo zeigt was mal... Hallo? Okay, ist wieder weg. Na? Hier ist der Bescheid. So, wo muss ich denn jetzt hin? La 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 la. Es bleibt nichts anderes. Wir müssen ins Questbuch gucken. So, mein Quest. Haben wir, haben wir, haben wir. Oh, da sind noch einige Zeitquests, die wir erledigen können, ne? Ja, da sind noch einige Zeitquests. Oh, die haben wir schon alle erledigt. Gut. Was haben wir denn noch hier? The Worldtree, 60%. Äh... Gibt's ja auch... Achso, hier steht auch... Ach, guck mal an, was es da gibt. Okay, gut. Das, äh... Passiert ja währenddessen. Drinks, bla bla... Challenges. Ne, da gibt's auch nichts Besonderes. Ach, hier sind ja noch jede Menge Questies. Oh, wei, oh, wei. Oh, warte. Oh, wei, oh, wei. Geht's zu Niflheim. Die haben wir Mainquest komplett erledigt, so wie's aussieht. Ja. Äh, ich werd die Nebenquests mal dann irgendwie... Vielleicht mit aufnehmen, aber erst mal alleine machen. So. Above. The Adobe of Mist. Okay. Mhm, mhm, mhm. Make your way to Niflheim to find a way to Hell. Use the map to travel to Niflheim. Okay. Good. Gut. Dann... Niflheim. So, ich guck mal kurz auf die Aufnahmezeit. Ja, es ist ein guter Moment eine Pause zu machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Niflheim. Bis dahin. Sagt der Ensemble Tschüss und tüdüdü.